Gleichstellung war schon immer ein zentrales Anliegen der SP. Aber auf die Umsetzung von vielen unserer Vorträgen mussten wir lange warten. Zum Beispiel die Mutterschaftsversicherung. Schon in den 1940er Jahren hat die SP für eine Mutterschaftsversicherung gekämpft. Seit 1945 ist die Mutterschaftsversicherung in der Verfassung. Aber erst 2005 ist sie auch dank der SP umgesetzt worden. Jetzt müssen wir aber noch einen Schritt weiter gehen. In fast keinem anderen europäischen Land haben die Eltern so wenig Zeit für ihre Kinder nach der Geburt. Vor allem die Väter. Gerade einen Tag bekommen sie heute frei. Damit Haus- und Familienarbeit gerechter verteilt werden kann und damit Frauen und Männer die gleichen Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt, braucht es endlich eine richtige Elternzeit. Und damit wir auf diese nicht auch wieder 60 Jahre warten müssen, braucht es eine starke SP. So etwas passiert es, in der Falle. Ich habe auch noch mit dem Arbeitsmarkt. So etwas staat ist vor einigen Moment, also eine starke Stütze, wenn ihr egal ist. Es hat noch ein paar Worte verbreiten,